Wenn die Freiheitliche Partei bei den kommenden Wahlen die stärkste Kraft sein wird und wenn wir das erste Mal eine Regierung anführen, alles andere ist eh schon in die Hosen gegangen, wenn wir das machen, dann weht ein anderer Wind in diesem Land in Sachen Völkerwanderung. Dann weht in diesem Land der Wind der Gerechtigkeit, dann gibt es Rückenwind für die eigene Bevölkerung und Gegenwind für die Eindringlinge und all diejenigen, die sie gewähren lassen und die Völkerwanderung nur bürokratisch verwalten, anstatt sie zu bekämpfen. Dann kommt die Zeit, wo endlich das Heimatrecht und der Schutz der eigenen Bevölkerung im Zentrum der Politik stehen, so wie es die Menschen in diesem Land auch wirklich verdienen. Und dann ist es soweit spätestens, dass dieses Quartier und viele andere Quartiere auch noch zugesperrt werden. So wie ich es schon einmal gemacht habe als Innenminister. Da braucht es nur den Willen dazu und da braucht es nur den Mut dazu. Ihr könnt mir glauben, beides bringe ich mit, das wissen die Verlotten in Wien. Und deswegen haben sie so eine Freude mit mir. Herb, 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 Herb!